Ich habe Torwart das Leben gerettet. Gerettet? Ich habe das Geld beschafft. Du, das ganze Geld. Sie werden meinem Mann doch nicht erzählen, dass ich Ihnen Geld schulde. Und wenn ich es ihm erzähle? Dieses Geheimnis, das meine Freude und mein ganzer Stolz ist. Er soll es auf so plumpe und gemeine Art erfahren? Mein kleiner Vogel ist entzückend und verbraucht eine Menge Geld. Es ist wirklich ganz unglaublich, wie kostenspielig so ein Vögelchen sein kann. Ich wäre kein Mann, wenn ich gerade diese weibliche Hilflosigkeit in meinen Augen noch attraktiver machen würde. Kuckstadt, Sie kennen den Menschen nicht? Ein ganz verkommener Charakter. Ich habe mich genügsam, Schritt für Schritt hinaufgearbeitet und jetzt jagt man mich weg. Aber jetzt begnüge ich mich nicht mehr damit, dass man mich gnädig wieder einstellt. Ich will nach oben, sage ich Ihnen. Fünf Uhr. Sieben Stunden bis Mitternacht. Dann 24 Stunden bis zur nächsten Mitternacht. Dann ist die Tarantella aus. 24 und 7. Noch 31 Stunden zu leben. Dann will ich mich schon wieder! Dann 25 Stunden bis畲ρο. Dann fünf Stunden bis zu leben. Lauf Sie imczas来 wieder. Dann sind die 50 Stunden.